Liebe Grüße aus der Brani 3. Mittlerweile haben wir alle vorbarrikadiert. Die Polizei steht mit der echten Hundertstatt. Die hat zur Stärkung angerufen. Vor unserer Tür. Und dann kommt die Tür noch mit. Da bleibt die Tür fast dran. Für den Kopf. Was wir jetzt sind. Wie geht am doorstecken? Oh my god. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Das ist die Schlörl. Der kommt mit dem Kopf zu kommen. Das ist die Schmerz? Oh, du bist das! Alles, was du, was du! Oh, nein, du bist. Musik Ich möchte noch ein bisschen abschaden, das sind die Studentinnen, dass wir eine abtragsfähige Porsche bieten. Wenn sie jetzt ihr Porsche oder ein anderes Auto in Wert von 6.000 Euro verporten, dann pflanzen wir für sie über 500 Cent in den Wald und stellen dann ein Zertifikat aus, was die Kinder zeigen können. Sondern wir wollten hier initiative ergreifen und neue Freiräte schaffen, weil wenn ich gemeint werde, muss man auch die Gast werden. Und wenn man hier heute am Gast ist, ist es enorm. Wir haben die Rheinland-Bahn in der Stadt gesetzt. . . Wir werden gerade geboren. Wir sind mit einem Ramburg reingekommen und betrachten Leute, es ist traurig, wie mit einer Initiative von Jugendlichen umgegangen wird, wenn sie einfach nur versuchen, in ihrem scheiß Kiew ein Jugendzentrum aufzubauen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017